und ich habe in der arbeit das erste mal eine geschrieben drei minus insane wirklich keine vier digga sogar überausreichend obwohl ich das nie gemacht habe was macht man außer so ok was macht ihr außerhalb von handy pc ich hab oh mein gott klippet bitte ich will den voice crack mal hören das war ja mal der krasseste voice crack seit jahren holy shit habt ihr das gehört wie wie laut der war aber meine stimmen dann echt ein bisschen am arsch ne aber was macht man gar nichts schlag